herzlich willkommen zu einem neuen video bei mir Pyronik wir testen heute die happy wonder von Bröckhoff genau wir haben hier eine NEM von 3,5 Gramm auf 4 verteilt das heißt 14 Gramm dabei handelt es sich soweit ich weiß um Fontänen wir machen die mal auf und ja so sehen die Teile aus ich bin einfach mal gespannt wie die so sind wünsche euch viel spaß beim test der happy wonder ja gar nicht so schlecht aber da finde ich die Schokalino von von Röder ein bisschen besser ja echt nicht schlecht ein sehr hoher Pfeifton aber die Schokalino waren glaube ich ein bisschen tiefer ähm tiefer ja